Aus der Winterruhe erwacht sind die Kröten. Es gilt für Nachwuchs zu sorgen. Da ist was los im Wasser. Mit allen Tricks wird um die Krötendamen gebalgt. Von unten lässt sich in aller Ruhe beobachten, ob sich eine Gelegenheit bietet und wenn dann eine Dame erspäht ist, dann ist Eile geboten um zum Zug zu kommen. Andere wiederum, die kein Glück hatten, denn es herrscht akuter Frauenmangel, verwechseln doch tatsächlich meinen Fuß mit einer Krötendame. Ich finde, das geht etwas zu weit, also ab ins Wasser, such dir Danebraut. Wie sieht das aus, wie sieht die Kröten aus.